ARD Text im Auftrag von Funk Wie hat er doch ganz geachtet? Lalalala, lalalala Erik, du bist doch oben Lalalala Tolles Lied Ich bin mit Geister So gerührt Aaaaah Dieses Lied wird nicht Erik Wow Der war Nur, da Der war auch gut Der war schön Oh Ja, ich find's toll sinnvoll, dass solche überlässigens benutzt machen Aber ich find's schön, dass die mittlerweile auch mit einem Tag werden Also Ein Pfeil Ernsthaft Wir haben wirklich 97 Leben Und ein Schlag macht 95 Schaden Richtig Das ist ein bisschen passen Ich Ich muss dazu sagen Der eine hat zwei Schaden dadurch bekommen, dass er runtergeflummt ist Ich muss dazu sagen, ich kann den Bus auch nicht besser Ja Ich muss runtergeflummt Weiß Und müsste sonst Ne, der war da Ach der war oben Habe ich auch nicht ganz gesehen, aber 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 Wenigstens überleben wir das Das ist ja mal gut, ganz gut Aua Oh, das überleben ist auch geil Ja So So, jetzt können wir uns auf den Kampf passen Boah, war das knapp So Das schlimmste an diesem Kampf ist einfach nur bunt Die beiden wollen nur sonst eigentlich nur das Das ist nicht so Hui 6.000 Seelen für diesen Boss Naja Irgendwie gerechtfertigt Hier ist nicht hinterlegt Er ist ja wirklich nicht schwer Das stimmt Da war's Achso, vor der Dickmann So, glaube Und Nur diese zwei Dänen Helfenwöldchen Mh Ah So Gibt's was Außer diesem ankommenden Feind Eine Seele Eine Soldaten Ich muss sagen, der Schottel gefällt mir Aaaaaah Das ist der Butcher Der Butcher Das ist cool Der Butcher ist tot Ich wusste nicht, dass das funktioniert Ich auch nicht Ich fand's trotzdem cool Ich wusste, dass das funktioniert Der Butcher So, komm ran Aber es gibt noch einen zweiten Butcher Ja Er ist irgendwo auch noch Aber er ist ganz weit oben Den ich bisher noch nie wirklich gesehen habe Ich weiß, wo er herkommt Ich weiß, wo er herkommt Ja, das weiß ich auch gesehen Aber ich habe ihn nicht Ja Wow! Jetzt so Wechsel Die Soweit geht ab weg, 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 voll großer Hund, großer Hund, links der ist ganz ehrlich wie ein Jumpy ja, die ist so jumpy natürlich wieder links 6 Köter, 6 Gegner 6 Mensch, Mensch, eine Aufregung hier am frühen Morgen die große Blut endlich in der sind wir hergekommen genau, möchte ich den Typen befreien eigentlich nicht, oder? er macht für Romantie ja, möchte ich nicht für Romantie hankriegst du noch meine Chaos-Tochter wo willst du denn hin? ich renne zum Leuchtwagen ok du möchtest doch den Boss hier unten legen ja, das möchte ich, das ist richtig aber ich dachte wir machen wir wollen uns erstmal das Ding aus ich wollte mir aber erstmal ich wollte erstmal zum Leuchtfeuer gehen bevor ich uns das anders mache weil, ähm dann können wir uns hier runter teleportieren wir haben so wir haben so hohe Verteidigung ging alles außer Feuer ja ja aber vorher haben sie richtig keine ja war gut ah der große Magie-Pei ist schon besser ja das ist hier mit vielleicht besser glaube ich doch uh 3 wusste ich gar nicht ja, aber gut das auch nicht ja ach stimmt, denn hier unten wird man auch von Kirk invasioniert guck mal, der eine hat glaube ich was getroffen ja äh magisch machen wer ist Kirk ja, äh Dornritter ist ne Bumbo hm hm ich überlege gerade sowieso, wie komme ich am letzten am schnellsten und effektivsten ich habe keine Ahnung ich renne jedes mal zum Boss ohne zu wissen wo ich dank muss ich weiß ähm wenn du bei der Ratte warst und den Wasserfeiler runter springst dann invasioniert dich übrigens so äh ja ja viel Spaß weil, den kannst du auch zuerst die das Turienschwert erstellen aber ich würde mich gerne das Turienschwert erstellen aber du musst dich nicht teleportieren richtig nun kann man sich dann dazu gemein mit der Untoten haben wir das jetzt? hm hm aber der kann die Waffe plus 6 machen das ist doch schon passiert ach so der kann die Waffe plus 10 machen beziehungsweise plus 6 mit der Glut und die Glut kann nur der verwenden große Glut genau für den Rest brauchen wir den also haben wir uns eigentlich die magische Glut zu holen? wo ist sie? außenweit gut tut mir auf ja vermutlich ja wird's doch nicht ne ne umwandfrei äh wir brauchen ne große Sterbe und zum anderen füge mir hin große Sterbe holen wieder zurück teleportieren guck mal bitte auf unseren Bogen guck mal bitte auf unseren Bogen ab und rum ab und rum ok das ist bestimmt mit dem Furienshert haben wir nochmal mit dem Furienshert haben wir nochmal mit dem Furienshert haben wir nochmal dann kannst du für den einen Riesen gleich nur einen äh Seen-Sperr aufrüsten ach stimmt ja du nimmst ja die konventionellen Wege ja egal dass ich mich nämlich allein muss haha ok und so geduldig bin ich hm ich nicht ich hab zu viele Steve-Words gesehen aber den besiegst du nicht aber den besiegst du nicht nö der kann übrigens auch einen äh auch nicht reinlassen ja war schlecht das stimmt ja er kam echt früh auf die Idee dich äh mit dem Schwert anzureiten ja gut war halt schon wissen wir bescheid jo ob irgendjemand die Idee kommt unsere unsere Gesinge zu nehmen und dann außen sich die Situation zu machen ist unwahrscheinlich glaub ich auch nicht dafür müsste erstmal jemand auf die Idee kommen unsere Videos zu gucken ich glaub das ist das größte Problem weil das Internet ist kreativ genug für so ein Scheiß ja wir sollten mal unsere Videos dem Internet zeigen haha wenn sie irgendwo hochladen muss das Internet empfinden kann glaub ich oder so ist ganz gut ja meistens so wie viele Brustschwerden wollen wir so einfach empfehle ich gleich noch ein paar mehr aber dafür müssen wir sowieso hierher dann ist das egal nimm einen Knochen ja gut du hast recht du hast vollkommen recht sonst gehe ich hier noch an die Decke dann sind wir gleich beim Sneed dann ist das sehr schön wie die Welt aufgebaut worden ja aber da kommt nichts im Grunde war es langsam wenn man sie gesehen hat ja umwandeln ja geh mal bitte zwei nach rechts ran ja ok vergesst was ich gesagt habe ähm geh mal wie gesagt zum Löschhorn teleportier dich nicht mal zu und dann geh mal runter für den Typ für den Spiegel für den Spiegel der da unten umplanet also der kriegt ja den New Dungo Queens 2 Drogelmatch empfindet und fragt den mal ob er unseren Bogen vertauern kann das finde ich auch so interessant den Weg springst du runter da bist du zu V um zu gehen und das wären irgendwie so zwei Sekunden mehr das ist dieser Punkt das ist mir eigentlich egal ich mache was ich will achso das muss man nicht verstehen ok unkopf man ihn ganz an ich glaube er hat er lieb obwohl ne so wenn man auch einen draufspinkeln dann äh ok links achso wir haben keine grünen Schaden aber ja gut die den 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 der den 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 wenn es die Spaß und dann sind andere und so ein Knochen weg wenn ich den Weg zurückführen möchte Achso Seht doch nur Felt vor hier rein Ui Ach du bist doch nicht bei mir Strasbourg stehen Ah ne ich glaub das war aber anders so kann ich mich schon wenn ich das hier oder irgendetwas und als irgend so ein Typ hat mal eine Werbung gemacht Heino Heino Oh Schlemmer Was Schlemmer finde ich Jaja der hat so gesungen ich will da nur kalkulieren und mich nicht ruinieren Schreibt irgend so ein Typ in die Kamera Ihr ruiniert aber schon den Heino Ja Der fängt das gleiche von dober Werbung Nimm doch den Späuer Einem würde gut kommen Das ist das gleiche von Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin